Hallo, willkommen zurück bei Familie Reus. Ja, kleinen Julian sitzt hier irgendwie draußen, weil er Bock hat. Und wie gesagt, am nächsten Tag, quasi am Mittwoch, werden wir wahrscheinlich seinen Geburtstag feiern. Mal sehen, du musst dann arbeiten, aber bis 13 Uhr ist vollkommen in Ordnung. Du musst bis 18 Uhr, ah. Ja, mal gucken. Wir hoffen mal, dass Tante Maya auch noch mitmachen kann, beziehungsweise noch mit dabei sein wird bei der Geburtstagsfeier. Ja, aber auch Julian hat sich ein ganzes Stück mit denen angefreundet. Mit Onkel Jamie auf jeden Fall ein bisschen, mit seinen beiden Tanten schon mal. Das reicht auch, auf jeden Fall. Ach ja, ihr beiden hier. Hast du denn schon die Spenden von ihr eingetrieben oder so? Wo ist sie denn? Natürlich schön, sie zu sehen. Ähm, die Truller, von der wir ein paar Spenden wollen. Äh, mal gucken. Ähm. Ah, scheiße, das hätten wir von ihr schon Spenden bekommen. Zumindest können wir es nicht mehr auswählen. Kämpfen? Alter, was hat die für Probleme? Oder wir können das nicht, weil sie halt irgendwie sauer auf uns ist. Was auch immer wir getan haben. Ich glaube, wir müssen immer wieder arbeiten, oder? Yep. Ah, genau, 1700, äh, 1057 Simoleons. Ich muss mal gucken. Ich hatte das mir hier irgendwo aufgeschrieben. Äh. Auf irgendeinem sehr vielen Tätel, die hier rumliegen. Lass mich mal eben gucken. Ja. 1086. Mist. Äh. Ach komm, die Deepower, Deepower Simoleons werde ich jetzt nicht nochmal dazu rechnen. Äh, wenn man nämlich, wenn man nämlich, ähm, umzieht, dann kriegt man wieder den Standardgehaltswert. Und der war bei Jamie deutlich niedriger als das, was er jetzt hat. Das war irgendwie was mit 400. Bei Maja und Leon jedenfalls war es, äh, irgendwie gleich. Und deswegen, ja, passt das. Ich hätte jetzt eigentlich gern noch Beniten von ihr bekommen. Ähm, ich hab das Gefühl, sie hat uns noch nichts gegeben. Vielleicht fand sie uns deswegen langweilig, weil sie es nicht wollte oder so. Keine Ahnung. Wir probieren es nochmal. Wie gesagt, eigentlich müssten wir arbeiten. Äh, ja. Das ist ja nicht so wichtig. Ja, also Maja war es nicht zu heiß oder zu scharf. Dann sagen wir mal eher zu scharf. Sondern, äh, sie fand das sogar ganz gut, wie es geschmeckt hat. Hm. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, Mika, du sollst schlafen gehen. Leon, du bringst den Kleinen ins Bett, beziehungsweise hast du ihn schon ins Bett gebracht. Okay. Das reicht dann soweit auch. Sophia, wolltest du nicht was essen? Warum bleibst du denn da jetzt stehen die ganze Zeit? Wie wäre es, wenn du weitergehst, Mädchen? Also, Sophia ist schon ziemlich schwanger, ne? Aber, äh, ich denke mal, das dauert noch einen Tag. Wahrscheinlich sogar bevor, also, wahrscheinlich sogar direkt nachdem Leon älter wird, oder? Oh, Mädchen, was stehst du nur jetzt die ganze Zeit da rum? Aha, okay. Okay, ich nehme den gleich auch mit den Cheat, weil, äh, ähm, weil ich ja dann die Bedürfnisse nochmal umsetzen muss. Umsetze, so, Sophia, weiß. So. Nehmen wir das da hin, das da hin, das da hin, so weit passt das. Und dann kriegst du hier was zu essen. Äh, ich wollte eigentlich, naja, das kannst du ja auch nichts mehr machen. Ach komm, geh einfach essen, Mädchen. Ich weiß ja nicht, was du da gerade für Probleme hattest. So, du gehst duschen, du wirst schlafen, du auch. Und Jamie. Ja komm, gehen wir nach Hause, ich glaube, das ist am besten. Wie geht's denn eigentlich dem Pferdis? Den geht's ja mit einer größeren Koppel auf jeden Fall ein ganzes Stück besser, finde ich. Äh, das kann natürlich auch, äh, nur Einbildung sein. Man weiß es nicht. Du solltest erst mal hier ein bisschen was trinken, hier ein bisschen futtern. Und dann kannst du auch ein bisschen rumgaloppieren, denn genau das können sie jetzt in diesem, äh, auf dieser Koppel mit 30x30 Platz. Das ist schon mal ganz cool. Ähm. Ah, 3 Uhr. Ich hab mich jetzt schon gewundert. Okay. Ähm. Oh, Philipp. Philipp war nicht ruhtbar. Mein Gott, wie schrecklich. Kann sein, dass die alle noch am Strand rumgehangen haben. Also ich meine mal, mittlerweile dürften die da jetzt nicht mehr alle abhängen. Das wäre schon ein bisschen eigenartig. Ich hab die ja alle hier herbeigerufen. Ich denke mal, die sind jetzt mittlerweile alle wieder zu Hause. Ich sehe hier jedenfalls keinen mehr. Das wäre schon ein bisschen eigenartig. Deswegen, ja, werden wir jetzt einfach nur die Nacht abwarten. Natürlich muss der gute Jamie nochmal auf Toilette. Oh Gott. Ich hab mir die ganze Zeit vergesst, die Leute ins Bett zu schicken. Du musst auch ins Bett. Musst du nicht morgen auch arbeiten? Ja, aber du musst ja erst später arbeiten. Das ist also kein Problem. Vielleicht schaffen wir es sogar noch vorher ein bisschen Kunst zu scannen. Wir könnten auch mal in unserem eigenen Laden die Kunst scannen, oder? Dann haben wir eigentlich gar kein Problem, würde ich sagen. So viel muss gar nicht mehr lang schlafen. Die auch nicht, ja. Das passt schon. Nur die beiden sind mal wieder ein bisschen spät. Der gute Jamie und die Maya. Ja, so ist das. Was ist das manchmal? Pfirsichpfannkuchen. Ja, es sind ein paar Pfirsichpfannkuchen zum Aufstehen. Mal gucken, wann wir denn aufstehen werden. Du kannst dir auch ein paar holen. Geht's Julian? Dem geht's ganz gut. Okay. Dann passt das ja soweit. Ähm, ja, wie gesagt, also ich denke mal für das Kind braucht ihr keine Namensvorschläge machen. Ich werde dann einfach die nehmen vom ersten Kind, also dann als Julian geboren wurde. Ähm, da habt ihr ja noch ganz viele andere Namen vorgeschlagen. Ich denke mal, das reicht, wenn ich mir da noch einen zweiten Namen aussuche. Ich weiß ja auch noch gar nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Und das möchte ich auch nicht irgendwie vorherbestimmen. Ich weiß natürlich, wie man das, äh, bestimmen kann. Äh, ich will auch nicht zwei Kinder haben oder so. Ich möchte eigentlich nur so zwei einzelne kleine Kinder haben. Äh, das Problem ist ja nicht, dass ich irgendwie nicht, nicht gern mehr hätte, sondern ich hab halt einfach nur Platz für die zwei. Zumindest bisher. Vielleicht können wir ja später irgendwann mal, ähm, noch mal ein drittes Kind haben. Sollten wir irgendwann mit Sophia, äh, nur mit Sophia und Leon spielen oder so, ganz am Ende. Vielleicht holen wir uns da nochmal so ein bisschen später eins, Nachzügler. Ähm, war so ein bisschen meine Idee, aber an sich, ähm, wollte ich es eigentlich bei der Menge belassen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwei weitere könnten wir noch haben. Zwei weitere Sims. Weil man kann insgesamt acht Sims haben. Ähm, oh nein. Warum musst du denn jetzt aufwachen? Weil wir jetzt weiterschlafen können. Ähm, man kann insgesamt acht Sims haben und dann maximal zwei Tiere mit dazu. Wenn wir jetzt aber natürlich noch ein Hörner holen wollen und so, na, und ihr wisst schon, dann wird es ein bisschen kompliziert. Dann können wir das hier nicht mehr machen. Ich könnte halt höchstens mit ein paar Cheats, äh, naja, nicht mit Cheats, aber mit ein paar Mods natürlich dafür sorgen, dass wir ein bisschen, ähm, mehr Möglichkeiten haben, also ein paar mehr Sims haben wollen. Das heißt dann aber natürlich, dass das hier wieder ein ganzes Stück komplizierter wird. Dass ich hier wieder ein bisschen mehr Stress haben werde. Ich meine, es ist im Prinzip nicht das Problem. Äh, sowas kann ich im Prinzip auch handeln, nur, äh, im Let's Play nicht ganz so gut. Muss man ehrlich sagen. Im Let's Play kann ich irgendwie so viele Sims nicht ganz so gut handeln, weil ich möchte sie dann auch ein bisschen interessanter gestalten. Und normalerweise wechsle ich halt einfach die ganze Zeit ununterbrochen zwischen den Sims, bis ich von allen weiß, sie haben auf jeden Fall was zu tun. Dann wechsle ich meistens auch so immer noch und gucke halt, so wie jetzt auch, immer wieder so, ja, haben die immer noch was zu tun oder ist da gerade irgendein Problem oder... Also es ist, es ist, glaube ich, meine Spielweise ist zwar effektiv, aber ich glaube nicht unbedingt die spannendste, um ehrlich zu sein. Ich glaube, so, so kann man das so ein bisschen sagen, dass es jetzt nicht unbedingt die spannendste, ähm, Spielweise ist. Dann in den Laden gehen wir mal. Das sind übrigens die, wo uns angezeigt wird, achso, die Reusschen Weiden. Also ich habe so ein bisschen versucht, ein paar einigermaßen angemessene Namen zu finden. Für die, ähm... Ja, für, ich weiß gerade gar nicht, wie es nennen wir, für die Grundstücke. So, du kriegst ja noch was zu anziehen. Du... Ist gleich los. Ist gleich hoffentlich fertig, mein Guter. Jep, dann geht's los. Ich habe hier gerade volle Wäsche, achso, was war von da? Mich jetzt schon gewundert. Das Wasser können wir wieder ausstellen. Ähm, genau. Dann kümmerst du dich gleich um den kleinen Julian. Ich denke mal, mit dem werden wir gleich mal noch ein bisschen spazieren gehen. Einfach, weil wir es können. So, sein letzter Tag hier als Kleinkind, da sollten wir auf jeden Fall... Oh, Jamie. Auf dem Weg in die Limo, um dann zur Arbeit zu gehen. Ich meine, eigentlich ist Jamie eher der Typ, der nach wie vor... Ähm, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren würde, aber naja. Oder ist hier das Wellness-Center in der Nähe? Ist es da drüben? Okay, dann gehen wir, glaube ich, mal zum Wellness-Center. Das ist hier auf diesem Teil. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Mal eben gucken. Weil, das wäre ganz gut... Oh, sie wünsche ich das sogar. Ähm... Das würde eigentlich ganz gut passen. Dann können wir gleich irgendwie noch ein paar Massagen holen oder so. Das ist ja eigentlich immer ganz praktisch für so eine Schwangere. So, ja, ich möchte gerne zu dem Grundstück. Danke. Ähm, sprich mit deiner Quelle im Rathaus, bevor die Zeit abläuft. Äh, irgendein hohes Tier im Büro des Bürgermeisters hat heimlich die Anordnung gegeben, ein ziemlich fragwürdiges Gesetz durchzubringen. Glücklicherweise wollte ein Mitglied des Staatsrats bei diesem dubiosen Vorhaben nicht mitmachen und hat Alarm geschlagen. Klingt irgendwie, als wäre Jamie das gewesen. Lauf schnell zum Rathaus-Interview des Ratsmitglieds. Okay. Okay. Was kannst du denn da ein Schönes machen? Sozialmäßig. Wir gehen einfach auch mal zum Laden. Bis wann musst du das gemacht haben? Bis Samstag. Das ist jetzt aber nicht unbedingt schnell. Aber wir können das ja direkt im Anschluss machen. Zwischen 19... Ah, nee, doch nicht. Wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen in der Stadt ein paar Interviews führen müssen. Für unseren Job. Ähm, das sollte aber natürlich auch kein Problem sein. Scheide, dass hier wieder keine Leute herkommen. Die letzten Male waren da ja echt viele Leute hier und jetzt irgendwie nicht mehr ganz so viele. So, und ich würde sagen, wir werden hier ein paar Kuchen servieren. Ein bisschen Pekanuskuchen. Ähm, Kirschkuchen. Ein paar Zuckerkekse. Waren das nicht sogar die, die so bunt oben drauf sind? Die sind toll. Ähm, ein paar Zimtrollen. Und... Vielleicht noch Brombeerkuchen. Klingt auch lecker. Ich wollte eigentlich hierher kommen, weil hier eventuell Leute sein könnten. Aber irgendwie sind sie es auch nicht. So, wie schade. Nein, wir werden kein Geld aus der Kasse nehmen. Ähm, warum kommt hier denn keiner her? Das ist schade. Können wir einfach mal ein paar Leute hierher bestellen oder so? Können hier doch Leute einladen, einfach. Wartet mal. Wir machen das mal anders. So, zufällig... Zufällig 20 Leute oder so. Und von denen, die können, kommen halt welche her. So, im Prinzip. Mal gucken, ob hier dann jemand herkommt. Ähm, in der Zeit. Ah ja, genau, du musst hier ein bisschen Kunst scannen. Dann wären wir vielleicht mal... Was haben wir denn hier so schönes, was wir scannen könnten? Hier drüben wahrscheinlich eher. Hier, Kunst scannen. Sehr schön. Können wir dieses schönen Elefant scannen. Und mal sehen, ob in der Zeit noch jemand herkommt. Das wäre sehr schön. Du solltest Kollegen treffen. Du eigentlich auch. Oh, da kommt auch schon die erste Person. Sehr schön. Ah, da kommen sie alle. Sehr, sehr schön. Und hier könnt ihr auch gerne alle einkaufen. Ich muss das mit der Tür immer neu machen. Die sollten eigentlich hier reinkommen und nicht da hinten. Vor allem, weil die hier alles blockieren, wenn die da hinten reinkommen. Dann quatschen wir mal mit Roger. Grüßen wir ihn ganz freundschaftlich. So, und du bist hier. Haben wir denn hier irgendwas, wo wir unseren Kleinen kurz absetzen können? Nee, nicht wirklich. Dann packen wir ihn hier direkt vor den Laden. Und dann gehen wir hier kurz ins Wellness-Center und geben uns eine entspannende schwedische Massage. Oder kriegt sie doch heute schon das Kind? Weil sie ist schon echt ziemlich schwanger. Ich weiß es nicht. Ich kann es gerade ehrlich gesagt nicht einschätzen. Ja, klar kriegt sie heute das Kind, glaube ich, oder? Oder mal gestern... Nee, sie ist... Ja, gestern Abend... Einen Abend davor... Ja, doch, sie müsste heute Abend das Kind bekommen. So ein kleiner, süßer Julian hat schon noch so ein paar Spielsachen in seinem Inventar. Das ist ganz praktisch. Dann kann er in der Zeit spielen, in der Mami hier die Massage bekommt. Boah, wir hätten ihm noch was zu essen geben müssen. Den machen wir dann im Anschluss. Okay, du gehst zur Arbeit. Ach ja, wie geht es euch beiden denn? Auch euch geht es ganz gut. Du machst gerade Bewegung. Also es ist auch schön, dass sie das jetzt selbstständig machen. Wisst ihr ja, vorher musste ich denen das irgendwie immer meistens sagen, dass sie hier spielen sollen und was weiß ich. Aber jetzt machen sie das relativ selbstständig. Das finde ich sehr schön. Also Pferdis brauchen wahrscheinlich einfach nur ein bisschen mehr Platz, damit sie einigermaßen umgänglich sind. Das muss man ja natürlich auch vorher wissen. So, wo können wir denn jetzt hingehen? Wir können natürlich hier zum Sommerfest gehen. Was sind hier denn Leute? Nicht wirklich, ne? Sieht jetzt nicht so aus. Was sind hier denn Leute? Ich würde gerne schauen, wohin gehen, wo halt auch Leute sind. Also die können quasi überall sein, weil das sind ja alles Gemeinschaftsgrundstücke. Das ist richtig cool. Ich fände es halt schön, wenn hier welche wären, aber hier scheinen nicht wirklich Leute zu sein. Wollen wir einfach mal ein paar Leute hier einladen? Ich weiß es nicht. Es wirkt halt auch manchmal ein bisschen wie Gechite, wenn ich jetzt irgendwie die ganze Zeit nur an die Orte, die Leute einlade, weil die vorher da nicht waren. Ich würde mal sagen, wir holen uns hier einfach mal einen leckeren Kaffee mit grünem Tee. Gucken mal, ob hier vielleicht noch ein paar Leute dazukommen. Ach, hier ist doch schon eine Arnie. Kein Paparazzi. Schon einen normalen Menschen bitte oder einen normalen Sim. Paparazzi muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Wir haben natürlich auch ziemlich wenige Autos. Also wir könnten uns eigentlich auch noch ein paar Autos hinpacken. Wir haben halt nur keinen Platz wirklich für Autos. Aber im Prinzip hätten wir ja das Geld und so. Vielleicht sollten wir das mal machen. Haben wir denn noch unsere, die zweite, ja die zweite Maya und alle. Die muss ich irgendwie wieder löschen. Ich weiß auch nicht. Die müssen da wieder weg. Ich weiß noch nicht, wie ich sie da wegbekomme. Boah, Jamie. 4.000. Och. Ist ja der Wahnsinn. Ah, hier ist doch eine. Susanna Tulip. Sehr schön. Ja, dann werden wir hier ein bisschen quatschen. Und du, ähm... Ja, dir geht es eigentlich nicht so toll. So, würde ich sagen, gehst du mal nach Hause. So, du backst ein bisschen. Zu dir gucken wir auch gleich nochmal. Ich würde sagen, du gehst erstmal ein bisschen schlafen. Erstmal um die Fischis kümmern. Dann schlafen gehen. Und dann gucken wir mal nochmal zu dir. Was hast du schon so schönes gemacht? Hast du schon ein paar Sachen gebacken auf jeden Fall. Hätten wir nur drei Sachen festgelegt? Echt? Pekanus Küche. Okay. Können natürlich alle hier gekauft werden. Die leckeren Kekse und Kuchen. Da braucht ihr gar keine Hemmungen haben. Es ist schön, wie voll der Laden jetzt ist. Wenn man einfach mal ein paar Leute einlädt. Oh! Patrick ist hier. Cool. So, genau. Du isst ein bisschen was. Und dann können wir vielleicht nochmal ins Wellness-Center. Oder wen haben wir da? Lisa Galligan. Quatsch mir einfach mal mit ihr. Weil, warum nicht? Sie steht da halt rum und so. Im Anschluss kannst du mit dem Links spielen. Sie sieht nämlich echt ganz nett aus. Die Gute. Dann werden wir sie doch mal ein bisschen kennen. Reden von Pferden. Gönnen wir unsere Schwangerschaft. So. Und du, mein Lieber, ist denn hier noch jemand da? Da war doch eben diese Susanna. Ah, die ist hier oben auch noch. Sehr schön. Dann können wir die ja gerne mal ein bisschen begrüßen. Okay, du schläfst ein bisschen. So, mein liebes Pferdieb. Ich würde sagen, du spielst gleich mal ein bisschen mit dem Ball. Du kannst was futtern, ja. Und im Anschluss könnt ihr beiden euch noch mal ein bisschen miteinander beschäftigen. Das wäre ziemlich wichtig. Wir haben eine Party. Oh, von Emily Royce. Cool. Ja, da gehen wir auf jeden Fall mal hin. Heute Abend. Obwohl. Ah, wie machen wir das denn? Ich meine, wir können erst Julian altern lassen. Demnächst. Oh, das Baby kommt. Ach, du Schande. Oh nein. Das Baby. Dann nehmen wir mal eben schnell Julian mit. Eil dich mal. Lauf hier schnell mal hin. Oh Gott. Was sind denn wehen? Wie schrecklich. Äh, komm schon Leon. Beeil dich. Der ist ja direkt hier nebenan eigentlich. Äh, Straßenkunst anfertigen. Ich will keine Straßenkunst anfertigen. Straßenkunst anfertigen ist so langweilig. Hey, warum läufst du da hinten lang? Leon, hier. Ja, hier lang machst du. Komm schon. Ah, was machst du denn für ein Mist hier, ey? Nimm mal den lieben Julian hoch. Ja, das kannst du gleich machen. Nimm mal bitte Julian hoch und dann gehen wir hier gemeinsam ins Krankenhaus. Komm, nimm ihn mit. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell kommt, das Kind. Mann. Das war jetzt ein bisschen sehr überraschend. Ich dachte, das käme heute Abend oder so. So, jetzt bringen wir sie ins Krankenhaus. Können wir das zusammen mit Julian machen? Weil ich will ihn nicht hier lassen. Können wir sie bitte ins Krankenhaus bringen? Okay, ja, kannst du irgendwie ein bisschen zur Seite gehen oder sowas, damit das klappt? Ich weiß nicht, warum sie das jetzt nicht macht. Jetzt läuft sie da wieder hin und sagt wieder, es geht nicht. Oder? Doch. Jetzt geht's. Ah, ihr beiden, ey. Macht mir nicht so einen Stress, ne? Muss ich aber gleich nochmal die Namen nachgucken. Da hab ich's in der Folge noch gesagt und dann kommt's schon. Leon, gehst du mit? Sehr schön. Ja, nee, weil ich dachte mir nämlich so, wir können ja den armen Julian hier nicht liegen lassen. Das geht ja nun eigentlich gar nicht. So, ähm, dann kennen wir den bisher schon. Wett und Tonja. Ja, warum nicht? So, ähm, Jamie schläfst noch ein bisschen. Kannst dann aufstehen. Und du kannst vielleicht hier einmal eine Zimtrolle essen. So, wenn du Hunger hast, Typ, ne? Dann kauf dir hier einen Kuchen. Nicht, dass du auf die Idee kommst, hier einfach den Kuchen oder die Zimtrolle zu nehmen. Weil, das gibt's hier nicht. Hier ist nichts umsonst. Hier wird Essen gekauft und nicht einfach gegessen. Könnt ihr euch ruhig mal hier ein bisschen kaufen, wenn ihr wollt, ne? So ist das nicht. Können wir eine Verkaufsleistung prüfen. Ah, hier hat bisher noch gar keiner was gekauft. Leute, ihr könnt hier kaufen. Nur so zur Info. Könnt euch gerne hier so ein bisschen das Angebot ansehen. Das ist kein Problem. Aber kauf doch mal bitte ein bisschen was. Das wäre sehr nett. Können wir ein bisschen duschen. Auf Toilette gehen. Ah, ja. Genau. Schau dir doch mal ein bisschen das Angebot an. Was machst du? Sehr schön, Edward. Das ist jetzt so stressig. Jetzt kommt das Kind auf einmal. Müssen wir auch in der nächsten Folge wieder das Kinderzimmer umbauen. Und wir haben ein Mädchen. Sehr, sehr schön. Ja, wir können uns nur ein Merkmal aussuchen. Es ist schon tapfer geworden. Das ist an sich keine schlechte Eigenschaft. Aber wir haben anscheinend die Schwangerschaft nicht so gut gemacht, dass wir uns zwei aussuchen dürfen. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Tapfer ist schon mal super. Und ich schaue jetzt eben mal nach den Mädchennamen. Ja, okay. Ich habe sogar irgendwie einen der ersten Namen, den ich gelesen habe, fand ich schon richtig toll. Ich habe irgendwie nach den anderen Namen noch geschaut und mir gedacht so, ne, der ist irgendwie toll. Also ich fand den irgendwie schön und passend zur Familie. Jedenfalls heißt unser kleines Mädchen jetzt Amelie. Danke nochmal für die Person, die den Namen vorgeschlagen hat. Ist, wie gesagt, schon jetzt ein paar Folgen her. Das war, glaube ich, Folge 275, 76, wo da Namen vorgeschlagen wurden. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich einfach die Namen nochmal wieder. Ich nehme ja auch die Folgen hier so ein bisschen voraus raus. Denn an dem Tag, wo diese Folge hier rauskommt, bin ich auf der Gamescom. An dem Freitag. So wie am Donnerstag, also gestern auch. Und deswegen muss ich natürlich ein bisschen was im Voraus aufnehmen. Und habe nicht daran gedacht, beziehungsweise fand ich es jetzt nicht so wichtig, nochmal nach Namen zu fragen. Denn ihr habt ja schon vorher ganz viele tolle Namen genannt. Was könnte unsere liebe Amelie denn noch sein? Ich finde, sie sollte künstlerisch sein. Finde ich ja. Also finde ich schon. So, und dann haben wir ein neues Kind. Mal wieder. Warte mal, du machst mal dein Bett und ziehst dich an und so. Und beziehungsweise gehst duschen. Wir müssen das erst mal einstellen, bevor wir da rüber gehen. Und dann kannst du ja vielleicht ein bisschen online spielen. Warte. Ich würde eigentlich online spielen. Ich kann ja nicht online spielen. Ist niemand online? Dann spielen wir halt ein bisschen FIFA. So, du kommst gleich von der Arbeit nach Hause. Du machst deinen Krams. Und begrüßen das neue Kind in unserer Mitte. Amelie. Amelie. Amelie Reuss. Amelie Reuss. Wie schön. Das sieht doch sehr schön aus. Ah, da kommt auch unser lieber, ähm, unser lieber Paul. Warum sage ich Paul? Paul würde auch zu ihm passen. Da kommt Leon. Was für eine glücklich schauende Familie. Ja. Dann geht mal nach Hause, ihr beiden. Beziehungsweise ihr vier. Quasi. Ich habe mit den beiden jetzt die beiden Eltern gemeint. Und so, du mein lieber Leon sollst natürlich auch nach Hause gehen. Nimm den kleinen Julian mit. Und dann werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge um ein neues Kinderzimmer kümmern. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ähm, schauen wir uns mal eben an. Was hat denn Amelie so als Lieblingsfarbe? Oh, rosa. Gräb Inselleben. Wisst ihr, was wir machen? Der Laden schließt um 19 Uhr. Oh. Oh. Das, äh. Ich dachte, ich hätte das umgestellt. Dass das nicht um 19 Uhr schließt. Aber okay. Was? 11 bis 19. 11 bis 4. Warum habe ich denn da 19? Eignartig. Naja, okay. Dann, äh, kannst du jedenfalls nochmal reingehen. Weil sobald man einmal draußen ist, kann man wieder reingehen. Das ist ja das Schöne. Ähm. Und dann würde ich sagen, kommst du auch nach Hause. Eigentlich wollten wir ja Julian altern lassen. Oh mein Gott. Dann haben wir, dann machen wir morgen einfach mal eine große Umbaufolge. Wir lassen gleich noch Julian altern. Gehen wir vielleicht zur Party. Wir haben ja eigentlich auch noch eine Party hier zu tun. Ich denke mal, das werden wir machen. Wir werden hier eins nach dem anderen. Ein Ding folgt das nächste. Dann kommst du hierher. Ach komm, du kannst auch gleich nach Hause kommen. Maya ist auf dem Weg nach Hause. Dann werden wir hier gleich erstmal, ähm, nein, du sollst nicht in der Treppe stehen. Du stellst dich mal hier hin. Maya ist da. Geh mal ran. Wer auch immer da gerade nervt. So, und äh, du mein lieber Leon, gehst du nochmal da hin. Gruppenmahlzeitburger. Okay. Für Teresa. Natürlich gern. Warum nicht? Und dann hole ich hier mal eben eine Geburtstagstorte. Dann feiern wir hier noch ganz schnell Geburtstag. Ja, das ist ein bisschen viel jetzt auf einmal. Aber, ähm, ist halt jetzt so. Und dann werden wir in der nächsten Folge ganz, ganz viel schön umbauen. Ich hoffe, da freut ihr euch drauf. So, Mika. Ich hoffe, du bist gleich da. Jamie, was hält dich denn davon ab, hier runter zu kommen? Beide euch mal ein bisschen hier. Ich weiß auch gar nicht, wenn die Party startet. Die sollte ja auch gleich da sein. Oder sollte auch gleich starten. So, wir können mal einmal nochmal Amelie kuscheln. So. Äh, ja, du musst pinkeln, mega. Du hast noch ein paar Stunden Zeit dafür. So. Geht doch mal alle hier rein, Mann. Leute, bleibt doch nicht hier stehen. Und Jamie, mach dein blödes Handy aus. Ach, die Party beginnt gleich. Yep, machen wir gleich. Gehen wir auf jeden Fall sofort hin. Nachdem wir hier Julian altern lassen haben. Ja, geht doch einfach mal rein, Leute. Ich streng mich nicht so an. Nein, nicht für Amelie. Warum denn nicht für Julian? Hä? Warum kann ich denn nicht Julian altern lassen? Jetzt noch ausblasen? Für Amelie, was? Nein. Nein. Hä? Okay. Dann nehmen wir die Torte halt weg. Und lassen wir ihn einfach so altern. Das ist schade, weil ich würde ihn gerne die Kerzen ausblasen lassen. Weiß auch gar nicht, habe ich Alterung überhaupt aktiviert? Alterung ist aktiviert. Weil wir wollen nämlich, glaube ich, einfach mal die Alterung anmachen. Damit wir, ähm, ja, da auch so ein paar Sachen erleben können. Das ist eigentlich so in Ordnung. Wie viele Tage hat denn Jamie jetzt noch, bis er älter wird? Okay, auf jeden Fall noch ein ganzes Stück. Könnten wir ihn jetzt altern lassen? Jetzt muss man mal eben gucken, weil es ein bisschen eigenartig ist. Ich muss mal eben was austesten. Ähm, das, äh, verzögert sich jetzt erst ein bisschen, wenn man kann nämlich, ähm, das Alter einstellen. Ähm, äh, genau, die Tage, die Zeit der Tage, die, äh, Julian in seiner Altersgruppe haben soll. Null bis sieben, weil wir, null bis sieben Tage, jetzt hat er quasi Tag eins von sieben der Kleinkindphase. Jetzt stellen wir Tag sieben ein. Jetzt können wir ihn noch altern lassen, oder? Hä? Immer noch nicht? Sag mal, wie verbuggt ist das denn wieder? Oh. Das ist schade, dass, dass das jetzt so verbuggt sein muss. Und dann werden wir ihn halt einfach so altern lassen. Na, Glückwunsch. War das nicht hier? Ich mach, ich mach das alles gern mit dem Master Controller, weil der ein bisschen schöner ist. Naja. So, mein lieber Julian, dann hab mal Geburtstag. Es ist schade, dass wir hier das nicht alles feiern können, einfach. Keine Geburtstagsparty. Kein, ähm, kein Kerzenhoff. Kein Hausblasen. Das ist schade. Aber na gut. Ähm, dann warten wir jetzt einfach mal alle ganz brav ab. Und, ähm, wir packen eben schnell mal Amelie hier in das Kinderbett. Damit wir gleich noch auf die Party gehen können. Natürlich nicht alle. Aber ich würde sagen, Jamie und die Mädels, oder? Jamie und die Mädels können auf die Party gehen. Schön, dass wir müssen jetzt hier übers Wasser. Immobilie? Wie bitte? Was? Das ist doch nicht unsere Immobilie. Okay. Ähm, geht dann mal hier zu dritt her mit Maya und Mika. Warum auch immer das unsere Immobilie ist. Ah, ja. Spiel. Du machst mich manchmal fertig. Äh, das... Das sah gerade eklig aus. Yay, wir haben bei der Erziehung Höchstleistung gebracht. Sehr schön. Also, Julian ist bisher diszipliniert und freundlich. Ähm, Gottfeln. Mal schauen, was wir denn alles so Schönes machen können für unseren lieben Julian. Fotografenblick. Hm. Ein Glückspilz. Ein Hundefreund. Komm, wir machen ihn zum Hundefreund. Und dann wollen wir nämlich am liebsten Hunde haben. Ist Lia und ich auch ein Hundefreund? Ja. Denn wir wollen das... Ich will gerne irgendwie mal einen Hund haben später in der Familie. Aber irgendwie haben wir... Da habe ich ja schon festgestellt, haben wir viel zu viele Sims hier. Da muss ich echt mal gucken, was wir hier so machen werden. Ja. Aber der gute Julian sieht jetzt noch nicht so toll aus. Das heißt, ähm... Ihr könnt ja auch mal sagen, wie ihr das alles haben wollt. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge die beiden Kinderzimmer umgestalten. Ähm... Wir werden Julian umgestalten. Und ihr könnt mir sagen, ob ihr das alles in Echtzeit sehen wollt. Dann wird das halt eine ziemlich lange Folge. Oder ob ihr das alles ein bisschen schneller haben wollt. Dann wird die wahrscheinlich so eine relativ normale Länge haben. Ähm... Was habe ich jetzt zum zweiten gesagt? Also ob ihr es jetzt in Echtzeit haben wollt. Oder ob ihr es schneller haben sollt. Also... Also so... In angepasster Geschwindigkeit, dass das nicht ganz so lange dauert. Ähm... Dann machen wir auch gleich das Umstanding mit rein. Also... Bei allem. Machen wir quasi so ein bisschen so eine... So eine... Ja... Halt eine Folge, wo wir uns ein bisschen den Kindern widmen. Genau. Weil... Das eine ist geboren. Das andere ist älter geworden. Ähm... Ja. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schön restlichen Tag. Und ähm... Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und ähm... Ja, bin gespannt auf eure Kommentare. Und äh... Oh, Amelie ist so süß irgendwie. Amelie hat aber auch gruselige Augen, oder? Ja, die Augen muss ich auch noch mal... Muss ich auch noch mal hinkriegen. Auf jeden Fall. Ähm... Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.